Eine erleuchtete Seele kann dich erleuchten. Ein erleuchteter Guru. Du kannst so viele Gurus in dieser Welt finden. Aber wahre Erleuchtung, das ist sehr schwer zu erlangen. Sie können dir sagen, dass sie dich anleiten, durch Singen, Meditieren oder dich auffordern, Rituale durchzuführen. Aber sie können dir nicht die direkte Erleuchtung geben. Nur ein erleuchteter Guru kann dir direkte Erleuchtung geben. Ich erhielt solche Erleuchtung von Dada. Und er gab mir die Energien, bevor er seinen Körper verlassen sollte. Die Energie, diese Erleuchtung an andere weiterzugeben. Und da sie sich sein Leben verliebvend. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020